Jetzt nochmal Danty, aber diesmal enger. Diesmal geht es mehr darum, wenn er angreift, das war ich Foxau, nimmt den Ellenbogen eng und greift ihn an. Aber diesmal ist es immer so, dass wir uns wirklich treffen können. Diesmal zieht er auch aufs Gesicht, zack, zack. Dann machen wir es stärker und härter, schneller, hopp. Genau. Er kommt, zack, hopp. Und er muss mich versuchen nicht mehr abzuleiten. Diesmal versuche ich wirklich ein bisschen zu treffen und er muss mich ableiten. Er will treffen, ich will treffen. Auf der anderen Seite machen, wichtig dabei ist, nochmal, dass du die Schulter gerade lässt, hopp, hopp. Oder ich greife mal an, er macht es, hopp, hopp. Nochmal, er kommt, hopp, abgeleitet. Seht ihr das hier? Ableiten. Nicht vergessen, Daumen nach oben.